Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Heute werden wir mit dem Online-Motto spielen, zum zweiten Mal. Wie ihr seht, das ist mein, ähm, was soll? Ah, mein Gott, das ist ja alle mein Symbol. Wir spielen online im Team Deathmatch, oder, na was, Free For All. Ich muss noch meine Waffen hinterlassen, also nicht immer nur strikebar. Das ist mein, ähm, welchen Sie mal weg, tun Sie mit, die da, mit der Leitung. Wir fangen, wo das? So, ich spiele frei für alle. Mh, na, 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 na. Wenn du kommst, und so, und komm. alle gehen im team das match um so früh am morgen ja jetzt auf diesmal auf welcher plaza in die schlote an okay dass wir noch ein bisschen schreck weil mein bester kollege auch meine zwei beste kollege auch aus indien kommt ja auch nicht sein name nicht sagen mein anderer kollege mein bester kollege der spiel auf die blöcke 2 und 3 und mal der wurfel 2 ich darf leider aber seinen namen nicht verraten hätte ich lieber gemacht aber darf leider nicht immer die kapiert so haupte ich war und schon kommt dass ich immer die gegnerischen wach wenn ich das ich versuche mal bald gta zu kaufen hat unter ist denn mit dem kumpel momenten aber noch hat der blitz prüft die schön ich bin noch kein prüftige er will ja in dem spiel mhm, 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 b***h Juhu, weil das Waffenprestige ist, das ist so WTF? Das ist derb, Mann, ne? Der gilt auch einige Nija Ja, und wenn wir auch den einen Punkt einer soll noch ein Kill machen und das bin natürlich Wo, wo, wo kommt dieser Geschosse? Ich darf leider nicht mit Messer killen weil einige von meiner Klasse schauen dieses Video und wenn sie sehen, dass er auch mit Messer killen Ach, einige Mädchen schauen, das ist nicht nur Jungs, dann das ist brutal für sie, das ist auch ein wenig schwer, dass er auch nicht nur mit dem Messer killt, auch nur mit dem Schuss Komm raus, geh Das ist oben gegangen, oder? Ja, das ist oben Juhu, zwei Kills Yeah, zwei Kills Juhu, Doppelabschuss Ich kann nur mal meine Hilfenstrom-Rakete auszünden Ich hab irgendjemand gesehen Ich spür, wenn jemand hinterkommt, der killt den Ja, und jetzt Mit der Sekundärwaffe Mit der Sekundärwaffe hätte ich genommen Also die zweite Primärwaffe Auch dieser Deppman, der ist selber ein Depp Der nennt sich auch Depp Also man wird nur mit der ID-Name gespielt Und auch Ich spiel's auch das auf der Nintendo Wii U Wie ebenfalls auch Im letzten Part Call of Duty Und Zombies Hab ich viele mit Messer killt Wenn die Zombies zu gruselig mit dem Menschen Sind sie ja, sorry Aber wenn's nicht, dann sind sie Mutig Komm, passt du? Da Komm, passt du? Da Da ist kugelschild, da Schöne du? Schöne du? Oh, oh Warte Ja, mit denen da, ne Die wofür sind besser, als die andere Ob sie auch Prestige 2 ist Was? Ne? Ne mäßiges Abschlusskamera? Ne, net alles noch Warte, bis Bis Teams bereit sind Ich weiß noch gar nicht mehr Also dieser Deppmann, ne Der ist kautisch Ich hab meine MP7 Da Ich hab fast gerade auf der Show Ja, weil was, ah Die versuch ich auch gar nicht mehr zu finden Mit dem Und nur Level 55 Freischalten Warte, was hab ich denn jetzt weiter? Ach Was? Warte, ich mach nur noch nicht mehr Musik Wenn ich für nächstes Mal habe Der hat nur Angst vor mir, ne? Nur Stern gegangen ist da Ich weiß noch nicht mehr Ich weiß noch nicht Ja, Brickscope Ja, Brickscope Fuck, ne, geil Ich hab dich an, Mann Ich hab doch abgeschossen Ich hab doch abgeschossen Wo ist denn die Kinder da? Ja, Hardcore Wo war man doch nicht gebracht Ich hab mich nicht Setart Da ist er Slut Hülsert 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 Warum trink ich die nichts? Ich hab nochmal Quickscope Aber Fände geklärt ab Andauernd immer von hinten kommen Kann ich jetzt einfach nichts dafür tun Wenn ich meine Stimmung leise ist, sorry Weil ich versuch alles für das Mikro Also für euch Für das Mikro So idiotisch Diese fucking Gegner Fuck ey Was hat das gemacht? Hat die da Die hab ich auch Die hab ich auch Aber ich war nicht benutzt Ich versuch mal Das war jetzt ein Trickshot Ich glaub ich Ja Ich hab mal gesagt Ich sollte mal Ein Challenge Probieren Ja Oh Gottes Willen Hat nichts gebracht Das ist auch die letzte Runde Das ist auch die Runde Die Die letzte Worte Von dieser Folge Ich darf immer nur Einmal spielen Für jedes Let's Play Oder so Meine KT6 14 Oh Gott Ist das bitter Also bis zum nächsten Mal Von Color Beauty Black Ops 2 Bis dahin Oh Gott Oh Gott